Ich denke, dass der Handball im Zuge dieser EM den Stellenwert und die Aufmerksamkeit bekommt, die ihm zusteht. Das ist ein super Teamsport, sehr schneller, attraktiver Sport, der oft unter dem Jahr oder wenn gerade kein großes Ereignis ist, unterrepräsentiert ist, sage ich jetzt einmal. Und es ist schön, dass die Stadthalle voll ist. Es ist schön, dass die Österreicher so eine gute Vorrunde gespielt haben und ich hoffe, dass das nach der EM insofern Früchte trägt, als dann auch die österreichische Liga bzw. überhaupt der Sport weiterhin mehr Aufmerksamkeit genießt, als er das bis jetzt getan hat. Es war doch sehr überraschend, wie die Mannschaft aufgetreten ist in den Vorrundenspielen mit drei Siegen. Das konnte man vorab nicht ganz so erwarten, auch wenn die Mannschaft und das Team die Hauptrunde als Ziel ausgegeben hat. Aber mit den drei Siegen haben wir doch positiv überrascht und ich glaube, das hat auch die Bevölkerung dann wahrgenommen und auch die Medien. Es ist das Beste eingetreten, was eingetreten oder eintreten konnte eigentlich mit den Erfolgen der österreichischen Nationalmannschaft. Noch dazu spannende Spiele, Aufmerksamkeit ist wichtig für solche Sportarten und gerade wenn eben ein österreichisches Team spielt, dann sind auch alle dabei und nur so kann man auch so einen Sport wie Handball in der Öffentlichkeit darstellen und auch an die Kinder in die Jugend bringen, dort wo man zweifelsohne die Bekannte für so einen Sport braucht. Also die große Überraschung und die große Entdeckung ist zweifelsohne der Thomas Eichberger. Mit dem, glaube ich, hat niemand gerechnet. Niemand hat damit gerechnet, dass der so eine Rolle spielt. Er war ja vorher auch die klare Nummer zwei und der hat sich selbst übertroffen. Das ist sicherlich jetzt einmal die Basis gewesen. Dann sicherlich Nikola Pillik. Gut, da weiß man, was man bekommt und der hat eigentlich das gehalten, was man sich versprochen hat und was man von ihm erwarten konnte. Also die hohen Erwartungen, die hat er erfüllt. Und für mich, wahrscheinlich auch nicht nur für mich, so positiv Janko Bozovic. Also so eine derartige Konstanz habe ich von ihm noch nie erlebt. Ich verfolge ihn jetzt auch schon lange mit und man weiß ja, was er kann. Und dass er ja, die Konstanz ja oft jetzt nicht so oder bisher eigentlich nicht so seine Stärke war und die hat er bisher also phänomenal ausgespielt, muss man sagen. Also sicher ein wesentlicher Faktor. Ich habe das Gefühl, dass beim ÖHB in den letzten Monaten vor dem Große Eichens die richtigen Stellschrauben gedreht wurden. Also es gab ja auch noch einen Trainerwechsel, sehr, sehr knapp vor dem Turnier eigentlich. Und man hat gemerkt, es hat doch einen Aufschwung mit der Stimmung gegeben und die Leistungsträger in der Mannschaft haben bis jetzt auch ihre Leistung gebracht. Dann kommt halt alles zusammen. Wenn man so eine gute Vorrunde spielt gegen Gegner, die auf Augenhöhe sind, dann nimmt man einen Schwung mit, der halt schnell einmal etwas bewegt und auch einen kleinen Hype auslösen kann. Ich glaube auf alle Fälle, Aleš Pajovic durch seine Art, durch seine Erfahrung, wie er an das Ganze herangeht, ist wesentlich gewesen. Natürlich, dass sich die Burschen zusammenraufen und hier performen. Gehört dazu. Davon muss man fast ausgehen. Aber dass der das wirklich so super rüberbringt und auch den Spielern halt diese Bereitschaft vermitteln kann, da über die Grenzen hinaus zu gehen, ist ganz wichtig. Dass die Rahmenbedingungen bei der Organisation, dass die Fans dazukommen, das gehört dazu. Aber wesentlich ist immer erst einmal der sportliche Erfolg und da gehört glaube ich Pajovic das größte Lob. Ich denke, dass der Teamchef Pajovic hervorragend zu dieser Mannschaft passt. Das hat man von Anfang an gesehen. Also vom ersten Spiel weg, das war gegen Spanien, gleich ein Sieg in einem Freundschaftsspiel, hat man gemerkt, dass die Chemie passt. Er ist ein guter Taktiker. Er hat die richtige Mischung gefunden zwischen Kumpeltyp und Autoritätsperson. Er hat die Spieler gut im Griff. Er coacht gut während der Partie auch, was man gesehen hat, vor allem in der Vorrunde. Und die Spieler glauben ihm, glauben an ihn und man hat das Gefühl, dass der Mannschaft sehr gut tut. Das Team wirkt sehr homogen. Ich glaube, der neue Teamchef hat es geschafft, dass er da eine eingeschworene Truppe zusammenschweißt. Abgesehen vom ganzen Taktischen, das man natürlich auch mitbringen muss und von den spielerischen Qualitäten, die sie auch haben mittlerweile. Aber sicher ein großer Erfolgsfaktor ist glaube ich der neue Teamchef, dass er da einen neuen Impuls setzen konnte nach sieben Jahren der Ära von Patrico Johannesson. Nachhaltigkeit ist immer schwierig. Gut ist einmal, dass die Aufmerksamkeit da ist, dass die Spiele auch im ORF übertragen werden, damit viele Menschen das Ganze auch sehen können. Für eine Nachhaltigkeit müssen alle zusammenarbeiten und da denke ich mir nach wie vor, dass es sich Österreich nicht leisten kann, auch im kleinen Kastl-Denken weiterzuarbeiten. Also nur Handball allein wird es nicht schaffen. Da muss man auch eine Bereitschaft auf andere Sportarten gemeinsam legen und gemeinsam hier versuchen, den Sport in Österreich wieder in die Gesellschaft zu verankern, weil das ist das große Problem. Es gibt große Sportarten, aber der Rest ist für den Nischendasein.